Willkommen auf meinem Spielplatz Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyman ist am Start, genauso wie ein kleines Advents, vierter Advents-Special Hier auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt live vor Ort Wir haben jetzt Samstag den wievielten? 20.12.2012 haben wir jetzt Das Jahr 2014 geht langsam zur Neige und wir stehen hier und können schön begafft werden Das ist unser kleines Special zu unserem Adventskalender, ich hoffe es gefällt Und heute haben wir ein ganz wunderschönes Thema Und zwar der liebste End-Boss oder der liebste Boss-Gegner Also auch mitten im Spiel oder halt sonst irgendwas Und ich möchte als letztes machen, weil ich sonst immer als erstes bin Und der Menzler hat als erstes Ja, schneller Na ja, ich, mein Lieblingsboss ist diesmal nicht aus Was war das? Ihr habt mich geguckt Achso, gut Also, mein Lieblingsboss ist diesmal nicht aus Assassin's Creed oder Skyrim oder sonst irgendwas Nein, diesmal aus Devil May Cry Ja, ich habe mal was anderes Ich habe mich zwar tierisch über diesen End-Gegner aufgeregt Mundus Aber es war wirklich der erste End-Gegner, wo ich mal wirklich eine Herausforderung hatte Und das hat Spaß gemacht Alter Ja, was soll ich groß sagen Es war ein scheiß Kampf Aber die ganzen Kommentare während des Kampfes waren einfach nur echt Episch Episch Und so ein Ablachen Ich habe es selbst gesehen Von daher gesehen Du hast dich bei diesen Gegnern einfach nur noch kaputt gelacht Auch wenn du quasi an die Decke gehen konntest, weil du zigtausendmal gestorben bist Aber ganz ehrlich Es war witzig Wir reden über den Mundus aus Team C Der, wenn wir die heiße, dem neuen Ja, aus dem neuen Den Rest kenne ich nicht Aber Eventuell spiele ich es auch nochmal Falls man sich mal die HD-Collection dafür holt Ne? Ja Gut Nächster Ja So, von mir kommt jetzt auch von Devil May Cry allerdings von dem alten Teil noch Und zwar Devil May Cry 3 Da muss man, ich glaube zwei oder drei mal gegen diesen End-Boss kämpfen, den ich einfach so genial finde Und das ist halt der Bruder von Dante, Virgil Man regt sich beim ersten Mal, regt man sich da drüber auf, weil er ständig abhaut Und man denkt dann, okay, beim zweiten Mal wird es besser Ne, man flucht rum Aber wenn man es dann geschafft hat, dann will man diese Kämpfe andauernd nochmal und nochmal und nochmal Weil das einfach so lustig ist, vor allem mit den Sprüchen von Dante immer bei den Cutscenes Wo ich mich immer wegfeiere Weil wenn dann sowas kommt wie Ach ja, eine schöne Party, aber wo sind die Weiber? Und ach ja, das Mädchen ist gegangen Und so So grob übersetzt mal Und es ist einfach, für mich ist das einfach der beste Boss gewesen, den ich aus Devil May Cry oder allgemein so kenne Und das ist mehr der, der es jetzt in den Kopf gekommen ist Und wo ich eben gehört habe, dass mein Freund auch gerade über Devil May Cry habe ich mir so gedacht, oh shit, hoffentlich mag er jetzt nicht dasselbe wie ich, aber zum Glück nicht Er kennt ja die anderen Teile nicht Ja, er kennt die anderen Teile nicht Ich kenne eins, ich kenne zwei, ich kenne drei Und drei finde ich immer noch mit am besten Aber wenn ich vier auch noch gut finde Aber ich habe von den Bossen her Oder Endbossen her Habe ich halt eher nur Virtual aus Devil May Cry drei im Kopf Weil das eins der Spiele ist, die ich wirklich durchgezockt habe Auch wenn mich die Spinnen da aufgerichtet haben Aber egal Ich gehe mal weiter Ja, also mein Lieblings Endboss ist nicht unbedingt der stärkste in dem Spiel Er ist auch nicht wirklich der beeindruckendste oder so Aber ich finde die da einfach kaum aussehen her geil Und zwar ist das die Kyuubi Mutter im Spiel Nostale Das ist in einem Raid, der im vorhene Setel 30 bis 59 hat 950? 940, Entschuldigung 30 bis 940 Ab Level 80 kann man diesen Raid auch, zwar auch Probleme alleine schaffen Aber ich finde es einfach geil Weil es ist ein fucking Gelee-Block Es ist ein Gelee-Block, den du aus dem Maul haust Und der Gelee-Block Kannst du nicht aus dem Maul hauen? Gelee, haust du raus, dann packet alles Und der Gelee-Block spawnt in der Zeit auch ganz viele kleine Gelee-Blöcke Und die greifen dich dann an Und das ist einfach so total Keine Ahnung Ich finde es Ich mache den Raid Wollte gerade sagen, wieso erinnert mich das jetzt an Minecraft für den Gelee-P-Chief Ja, wie gesagt Ich finde es einfach noch eure geil Ich mache diese Raid ultra gerne Und ja Mehr gibt es dazu eigentlich schon nichts zu sagen Und jetzt Ich weiß nicht warum er als Setzer wollte Aber jetzt kommt wahrscheinlich was ultra-episches Irgendwas so Dark Souls-mäßiges oder so Ja, ich habe ja bis jetzt noch nichts von Dark Souls gemacht Aber jetzt Jetzt mache ich Dark Souls Jetzt gibt es keine Alten mehr Im Endeffekt könnte ich Dark Souls Allein Dark Souls könnte ich als miesen Endgegner bezeichnen Weil Dark Souls einfach an jeder Ecke Jeder scheiß Gegner ist ein fucking Boss irgendwie Du musst bei jedem aufpassen Du hast nicht gesehen Ich meine, die anderen hast jetzt schon öfters gesehen und erlebt Und Ich habe Teil 1 angefangen Und da gibt es auch in der Anfangsteil schon Und ich könnte wie gesagt alles nehmen Es waren so mehrere Wie zum Beispiel Der Schuppenlose Den ich aber nicht genommen habe Der sieht einfach nur endlos geil aus Aber seine Moves sind einfach so ein bisschen Dann von Dark Souls 2 zum Beispiel Auch die Spinne Riesenspinne ist auch sehr interessant gewesen Aber wenn ich mir ausgesucht habe Ist ein sehr interessanter Gegner Und zwar Habe ich den abgefeiert Auch in meinen kleinen Show Let's Play Also ein kleines Ding Siv, der Wolf Ich meine Siv, der Wolf Der sieht einfach hammermäßig aus Hat ein Schwert im Maul Und hat Movements drauf Die du so überhaupt nicht überlegt hast Weißt du Du gehst dahin Du siehst das große Schwert Und so ja okay Hm okay Was kommt jetzt da Dann kommt einfach mal so ein großer böser Wolf Und knurrt dich einfach mal von oben an Sabert auf dich drauf und sowas Und denkst du Oh fuck Und das wird sie jetzt smashen Und das Geile ist Wenn du dann auch den DLC vorher durchgespielt hast Und dann Kommt eine andere Videosequenz Dann schnuppert er dich erst an Weil du hast ihn gerettet Und dann schnuppert er dich an Ist am jaulen und sowas Packt sich trotzdem ein Schwert Und will dich dann wegfegen Und mit so einem Moveset Was er dann raushaut Rechnest du gar nicht Auf Distanz Im Nahkampf oder sowas Alles an sich Schön Geil Der Wolf sieht hammermäßig aus Wurde sogar Für den zweiten Teil Mehrere Mal wieder geklaut Und zwar sind das dann im Endeffekt Tiger gewesen Einmal halt als Hauptboss Und dann ist das noch zweimal In einem DLC mit dabei gewesen Aber hab ich noch nicht so weit gespielt Hallo Und Ja Ich find sowas einfach Mega mega cool Wie gesagt man könnte Dark Souls Als kompletten Endgegner bezeichnen Aber da ist mir wirklich Sif am meisten im Kopf geblieben Es hat einfach am meisten Spaß gemacht Und Ich mag den mit keinen auf der Welt Irgendwie vergleichen Wirklich nicht Und ja Das war jetzt mein Keine Special Das ist ein bisschen Belschische Ja genau So da haben wir es Der mit dem großen Sprachfehler kriegt es raus Ja weil ich es Genau Also wie gesagt wir sind hier auf dem Also wie gesagt wir sind hier auf dem Nee Doch Nur weil da halt das Ding im Weg ist Der Weihnachtsmarkt geht in Kasten noch wie lange? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Also doch noch so lange Guckt auf jeden Fall mal rein wenn ihr Zeit habt Und Ihr könnt ja mal euren Miesesten und stärksten und beleidigsten Feind in die Kommentare Schrot oder die witzigsten Wenn es zum Weinen nicht reicht einfach lachen oder sowas wie das immer war Ja Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein Nein Aber schön frohe Weihnachten für das Fest Frohe Weihnachten guten Rutsche Frohe Weihnachten guten Rutsche ins neue Jahr Und mir fällt gerade ein Ich habe leider heute Oder gestern vergessen Skyrim aufzunehmen Das heißt Skyrim kommt wahrscheinlich erst wieder im neuen Jahr Scheiße ich hab total vergessen Das tut mir schrecklich leid Ich hoffe ihr könnt eine Woche drauf verzichten Ey Jedes mal ein Klick darauf Ganz ehrlich ich würde jetzt mal sagen Wir machen es so wie alle anderen Wir machen jetzt erst mal eine Pause bis zum neuen Jahr Wegen dem Feiertagen Und dann fangen wir wieder richtig an Mal schauen Ganz ehrlich da können wir uns noch vor den anderen alle anschließen Schade ich wollte eigentlich irgendwie so ein freches Kind mal hier reinlassen Das machen wir auch hier irgendwas Aber Vielleicht kommt er noch ein bisschen vorbei Ja ich würde sagen das war es dann Das war immer noch ich ja Freundchen Ja du kannst dich mal gern haben Ich hab dich doch gern Ja ich weiß ich dich auch Wir haben uns doch alle gern Es ist das Fest der Liebe Nein das ist eins was ich noch sagen wollte Habt auf jeden Fall schöne Weihnachtszeit Lasst euch nicht stressen Und das wichtigste was ihr haben könnt zu diesem Zeitpunkt Ist eine Familie oder Freunde mit denen ihr feiern könnt Alles andere ist wirklich vollkommen egal Scheiß auf Geschenke Scheiß auf alles andere Hauptsache das stimmt irgendwie Und äh Ja Die blöden Nein, 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 nein.